Basti, wo bist du? Ich kenne keine Frau, was laberst du? BASTI! Hat er Basti Angst bekommen? Soos! Helikopter, Helikopter, 1, 2, 3, Polizei, Lull, hmmm. Lull, hmmm. Ich hab dich doch gerade getroffen, oder? Ja, hast du. Ich hab nen Hilfmarker bekommen. Ja, und auch nen Schadensmaker, Lull. Okay. Bam! Nein! Ja! Das ist nicht, das ist so lächerlich. Das ist nicht, das ist so lächerlich. Das ist nicht lächerlich, das ist so lächerlich. Ich hab 14 Leben erschließend mit der Pump daneben, obwohl ich einfach da dran stehe. Nein! Nein! Du bist noch gesprungen, ich hab geplant, dass du weitersprungen bist. Geplant? Nein! Du bist noch gesprungen, ich hab geplant, dass du weiterspringst. Los! Ich hab's geplant! 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 Oh Gott! Oh Gott! Wie soll ich einfach nicht juckt, wo ich bin eigentlich? Wo bist denn du? Äh, nicht hier. Scheiße. Ah mein Gott! Du bist nicht enthildet! Lügner, hallo stopp! Auszeit! Auszeit! Du hast Auszeit! Du hast Auszeit von... Du hast Auszeit von... Ja, er ist gerade reingesprungen! Nein, das hat nichts gesprungen! Ich lecke! Ich... ich kann... ich kann... ich kann mich nicht... Ich kopf mich nicht... Mann! Okay, bei mir geht's weiter. Hallo! Ah! Doch nicht! Es geht doch nicht weiter! Dreckiger Abstaubar! Dreckiger Abstaubar! Ich treff nicht! Ich treff einfach nicht! Ich hab auch nichts getroffen! Mann! Ich hab auch nichts getroffen! Du bist ein Abstaubar! Du wolltest es abstauben! Er rennt weg und du schießt ihn einfach ab! Du bist ein Abstaubar! Basti, wo bist du? Ich hab für eine halbe Stunde vor dir mit dir gekämmt! Du bist ein Abstaubar! Du bist ein Abstaubar! Du bist ein Abstaubar! Ich hab grad Luis weggesniped, weil er in meinem Zeug saß! Sees! Ja, wo bist du? Ich loote gerade, um vielleicht ein besseres Sturmgewerb zu bekommen! Boah, jetzt geht das schon wieder los! Das hatten wir doch gestern erst! Basti, wo bist du? 30 Minuten später! Ich suche immer noch gute Waffen! Ich brauch noch ein Sturmgewerb! Pfff! Bist du entildet? Ich bin grad bei shifty! Bis jetzt entildet? Nein, jetzt bin ich bei Greasy! Bist du entildet? Bist jetzt entildet? Jetzt bin ich in RRTL-Qs! Übiges für mich, weil ich kanns immer noch nicht weitergehen! Nul? Nul? Nul! Ha! Nooope! Nul! Nul! hat er trifft hat schon auch er hat sechs küsse mimimi dreckige missgeburt ich bringe deine eltern was du bist du jetzt wieder die frau bist du bereit nein weil du auf mich zielst würde ich jetzt so schätzen ja sagt wo du bist dann bin ich bereit ich bin genau hinter dir was was wurde glücklich ich war hinter dir und habe schon auf dich bist du jetzt im moment genau an der position bitte koordinaten und gps signal also bei koordinaten zwischen 56 alt die fresse wo bist du da wo ich mich an der seite so dreckig hochgeburt habe und ich glaube zum ersten mal getötet abtürt von alter wo bist du ist die frage so schwer verwirrt die frage dich ich bin bei euch stelle punkt danke ich sehe basti aber er sieht mich nicht hast du gut gesehen ihr findet mich niemals zu spät suchen verstecken viel spaß ich suche und verkecken er hat ein sturmgewehr endlich du fotzen spiel nein was wie besseres er braucht immer noch ein sturmgewehr ah mein gott ne jetzt weiß ich bin weg ich bin kein bursch ich bin kein bursch bei mir geht es übrigens immer noch nicht los hallo 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 du bist ein bursch hallo 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 ich mag fahrzeit manchmal hallo 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 ich möchte mich nicht ein das könnt ihr jetzt ausdiskutieren aber mich doch keiner abschließen hallo 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 nein nein nicht euer ernst was denn das war nicht verboten ne falle hallo 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 also was die wo bist du jetzt die frage ich gehe hier gerade vom main zu breaks auf einmal höre ich daneben hier was weil er was weil er was gebaut wird auf einmal sehe ich nicht oder hoch warte fünf Minuten ich glaube er ist wieder angepasst wegen mir und jetzt aber nicht sicher ein neues leben ja